ja ihr schießt gleich den kopf ab hier so warte wir haben genug nehmen wir den da ein magazin weiß gar nicht was uns jetzt erwartet hier alles müssen wir hier voller blut sein und das von der ober hier runter gefallen hier und ich dachte schon ein gespum gemacht weg schau einer an wir müssen das nein doch ich habe eher gedacht dass da müssen wir wahrscheinlich dahin rollen schaffte das echt ja ich hätte das ding jetzt dagegen geräut und hätte es abgeschossen werden die ganze wand in die warte mann ganze was ist aber normal werde schon längst fußball was das krass bombe wurde wir hochgegangen wir gehen immer ganz so ruhig dagegen hier und gucken aber ich glaube immer die von der seite hier aufgemacht hätte mir die in luft gegangen hat die nieder ist ganz schrecklich was spinnst du scheiße stell dir vor ich hätte auswärts den abgeknallt also aus reflex holen holen hier geht etwas sehr merkwürdiges vor sich ja hier haben wir eine badewanne 1 2 3 4 hier werden wahrscheinlich die toten gebadet sicher sonst habe ich hier eine schattgang hier wo ist die dose die tür hat sich verändert unser sprengst der und der sprengstoff einmal ist weg komm schon und der sprengstoff einmal ist weg ich frage mich warum wir den gebraucht haben ja ich hätte mir den auch gegenrollen können und die tür wäre in die luft geflogen aber dann hätte er ihr leben verloren manchmal sind die gegenstände glaube ich falsch besetzt hä kommt er hallo komische fotos komische fotos da kommen wir gut das ist immer cool dass man immer voll komplett komplett bekleckert ist äh achso das ist ja hingegangen hier haben wir den spiegel das höre ich gehen wir erstmal speichern geben uns gute fähigkeiten ich hab's gewusst ich hab's gewusst was denn ne ne also hier hat sich nichts verändert fühlen sie sich besser fühlen sie sich besser ne wieso ah Zeitung Patienten sprechen von Missbrauch Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch Missbrauch nur Spitze des Eisbergs Patienten der Bacon Nervenklinik behaupten dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden wir müssen dann zeigen wir keine gehe ich kurz mal hinter ich dachte der Raum hätte sich verändert aber das war nur ne ah ja wir haben da nen Schlüssel ähm können wir die nicht mehr öffnen scheiße warum das denn ach die kann man nur einmal jetzt verstehe ich das überhaupt nicht öffne ich halt mal den da unten ok ich dachte die hat man nicht unendlich aber weiß nicht ne man mehr als einmal auf jeden Fall da dachte ich na ich geh auch voll den Umweg ich dachte die Patronen hätten wir jetzt ja immer da verfügbar scheiße schade so Fitness ne ich will nicht alles aufbrauchen komm achso mit LLS Spritzenwirkung muss ich jetzt mal weiter gucken was haben wir hier ähm hier Fitness Spritzenwirkung so das reicht wir haben ja eh nicht meine oh ich hab immer so Kopfschmerzen danach ein Magazin, drei Patronen wo ist denn unser Kollege ist auch noch ziemlich jung ja sauber Kontrollpunkt sauber was ist das oh nein da ist die Kollegin oh hilf was ist denn das ist die gleiche Flüssigkeit wo der drin gelegen hat 1 2 3 und die eine ist im Knast äh äh josef bei dir alles gut ja mir gehts gut du solltest lieber runterkommen warte ich komme hihau das ist das ist auch das ist ja das ist das ist Das wird langsam hart. Ähm. Warum bin ich jetzt tot? Warum? Nur weil der mich so angedatscht hat, oder was? Na. Dann hat er doch immer Unglück. Was tauchen die da jetzt auf? Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Habt ein bisschen Geduld, mein Freund. Wart mal. Ja, heul nicht rum, mein Freund. Sag mal, tickst du noch richtig? Was ist das für mich? Ähm. Nehmen wir das hier mal. Verbrennete Hure. Ähm. Scheiße. Nehmen wir hier die Pistole, die hat noch viel. Ach. 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 Wie haben dynamit. Was ist das? 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 Das nennt sich Teamarbeit. Was ist das? Wo denn? Was ist denn? Was ist denn? Ey, ich hab gar nichts mehr. Wo hab ich denn jetzt Munition? Da. Helf mir! Ja. Okay. 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 Gut, Leben bräuchte ich jetzt nicht. Ja, ja. Wart bis ich da bin. Axt brauche ich nicht. Erstmal will ich hier aufsammeln. Wart das hart. Wart das hart. Wart das nicht. Wart das nicht. Wart das nicht. Ich bin gleich da, meine Freunde. Oh! Schockbolzen! Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust der getroffenen Gegner mit einem Stromschlag ins Schach hält. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegnern platziert werden. Super! Haben wir hier noch was? Okay, ich glaube das war's. Jetzt gehe ich zu uns, zu unserem Freund. Aber bevor ich dies tue, sage ich erst schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Carlos, der Gamer. Gamer. Ciao!